Hallo zusammen, hier ist wieder heute, tschüss, und heute bin ich hier für euch in Battle for S.R.D. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, was wir uns Medallianz kaufen können. Und zwar bin ich hier einmal in Boralus auf den Koordinaten 66-25 und dort haben wir eine, ja, nette Händlerin. Und die verkauft uns Items gegen Dienstmedaillen der 7. Legion. Und da gibt es, ja, eine P-Trank, es gibt Transmog, es gibt Elum-Items, Pets, Toys und unter anderem auch Mounds, wo ich auch schon ein Video gemacht habe, beziehungsweise einen 395er Portring. Um das Zeug soll es alles nicht gehen, sondern heute mal um das Toy. Und zwar hier diesen Glevenwerfer. Und der kostet insgesamt 125 Abzeichen. Ihr seht auch, dass er hier einen Marktwert hat. Der ist nicht mal so niedrig, denn das Ding ist, ja, nicht beim Aufheben gebunden, sondern ihr könnt das auch ins Auktionshaus hauen. Und dementsprechend gibt es von der Hordenseite auch ein Hordenpandant, dass ihr euch, wenn ihr mit eurem Hordler erfarmt, oder dementsprechend im Auktionshaus kaufen könnt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese Abzeichen ran? Und zwar gibt es da ein paar Wege. Unter anderem könnt ihr, wenn ihr eine Warfront eingenommen habt, also sprich hier in Boralos eure Portale hier stehen habt, jeweils 5 Dailies, beziehungsweise 5 Worldquests täglich einmal absolvieren, die jeweils ein Abzeichen bringen. Heißt, man kann, wenn man eine Warfront hat, 5 Abzeichen am Tag spielen. Es gibt auch die Konstellation, dass man beide Warfronts hat, oder später irgendwann wahrscheinlich vielleicht noch mehr Warfronts, wenn die noch mehr reinpatchen quasi, dann dementsprechend noch mehr gleichzeitig. Also wenn Arati und Darkshot gleichzeitig sind, kann man 10 Abzeichen am Tag kriegen, plus dann nochmal, wenn man diese Übergriffe spielt, dafür habe ich auch ein Add-on. Ja, hier bei mir, der nächste BFA-Übergriff ist jetzt in 6 Stunden. Dort bei der Endquest, wenn ihr 4 Worldquests macht und dann die Endquest macht, bekommt ihr auch nochmal 5 Abzeichen. Heißt, im Optimalfall könnt ihr 15 Abzeichen am Tag spielen, wenn ihr beide Warfronts habt und gleichzeitig noch den Übergriff kriegt. Wo gibt es dann noch diese Abzeichen her? Und zwar, wenn ihr eine Warfront einnehmt, beziehungsweise am Einnehmen seid und die Warfront hier über den Tisch spielen könnt, zum Beispiel hier kann ich jetzt loslegen und angreifen, dann bekommt ihr jedes Mal, wenn hier quasi man wieder die Chance hat anzugreifen, einmal die Quest und kriegt dann ein gutes Equip-Item, beziehungsweise dann noch zusätzlich 15 Abzeichen. Heißt, wenn ihr die Warfront angreift, könnt ihr einmal 15 Abzeichen holen und dann jeden Tag, wenn ihr sie eingenommen habt, 5 pro Warfront und nochmal den Übergriff. Und die letzte Möglichkeit, an die Abzeichen zu kommen, ist, wenn man hier eine schicke Kiste aufmacht, und zwar eine Paragon-Kiste. Hier müsste ich gerade eine haben, Vorräte der 7. Legion. Dort sind immer 20 Abzeichen drin und die bekommt man, wenn man bei der 7. Legion einmal auf Air-Füchtig gespielt hat und dann nochmal zusätzlich 10.000 Ruf spielt. Das ist ja dieses Paragon-Ruf-System und diese Kisten kann man sich auch theoretisch aufsparen. Also ich habe jetzt schon eine im Inventar und habe schon wieder über 10.000 Ruf erspielt, also kann mir theoretisch gleich nochmal zusätzlich eine holen. Das Schöne ist, sowohl die World-Quests hier in den Warfronts bringen Ruf für die 7. Legion, als auch die Übergriffe bringen relativ viel Ruf für die 7. Legion. Und zusätzlich kann man natürlich die War-Campaign spielen, die viel Ruf bringt. Und das Weekly Cap, die 36.000 auf den Inseln, wenn man das abgibt am Ende, kriegt man auch nochmal, glaube ich, 1.500 Ruf für die 7. Legion. Also das ist die Fraktion, wo man am schnellsten, leichtesten Ruf kriegt. Und deswegen sind diese 20 Abzeichen eigentlich eine sehr gute Quelle, um schnell an die Münzen zu kommen. Ich habe jetzt mittlerweile hier fast 700 Münzen zusammen, weil ich aufs Maun spare. Das Toy habe ich mir einfach mit einem Twink gekauft über den Markt. Also man kann das natürlich mit mehreren Twinks machen und kann sich die günstigeren Items relativ schnell so zusammensparen. Wir schauen uns jetzt mal den Glävenwerfer an und das geht es ja quasi in dem Video. Und da geben wir jetzt mal Glävenwerfer, genau, da haben wir ihn. Und das ist nämlich ein Fahrzeug, in das wir einsteigen können. Und ich steige in den Glävenwerfer ein und ihr seht schon, wir haben wirklich so eine schicke Gläve. Und die wirft auch Gläven. Also die schießt so Gläven, das ist quasi so ein Minipanzer, da kann man auch gegen andere Gefährte kämpfen, kann auch springen. Und muss ich sagen, sieht ziemlich cool aus an sich. Also das macht definitiv was her, diese kleine Glävenschleuder. Ja, bei der Horde gibt es auch so ein Fahrzeug, aber das werde ich euch dann dementsprechend zeigen, wenn wir quasi das Hordenpandant, wenn ich das Hordenpandant freigespielt habe und euch das auch vorzeigen kann. Gut, das war es dann mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tjela, bis zum nächsten Mal. Tschau!